Das werden die Mie kommen sehen. Sterb! WTF? Ach, dass ich den überfahren hab, das war nicht cool. Aber dass ich grad voll trash in den Propagandatrader gefahren bin. Das war wurscht, oder was? Oh shit. Okay. Grase hier. Grase hier unten. Bei deiner Herde. Ich werde glücklich. Müllwagen. Okay, das war ein Haufen Scheiße. Crap, sonst kann ich nicht mal sprengen. Ich muss es rammern. Mann, ich geh mich zum Arsch. Ich muss denken. Au, 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 du... Oh, du bist ein Verbündeter von mir. Hallo. Oh, und du bist tot. Da, hier. Kann ich das mit dem beschießen? Ne, nicht nur das geht. Aber egal, ich kann mit dem auf jeden Fall früher oder später da reinrammen. Oh, damn. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall entkommen. Komm, Mann! Fuck me! Huh. Huh. Oh shit, Helikopter! Okay, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Bleib fucking ruhig. Oh shit, ich kann nicht ruhig bleiben. Komm, 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 komm! Yes! Okay, wie mach ich das? Wie mach ich das? Ich hab vergessen wie man das macht. Oh Gott! So. Ja, und jetzt bin ich tot. Shit! Das Spiel sagt einem alles, was man drücken muss, um irgendwie auf eine Heli raufzukommen. Nur das nicht. Drecksspiel. Aber okay, egal. Es ist zumindest ein Hard Reset. Das heißt, die Leute sind nicht mehr auf mich geargrot, mehr oder weniger. Das gibt uns Zeit, dieses Problem mit dem ich wollte eigentlich dieses Ding hier rammen zu lösen. Ich hoffe, es war die richtige Village. 50%? Ja, ich glaub. Ja, 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 ja. Okay, also wir brauchen ein Auto, das schneller ist als ein Müllwagen, aber trotzdem größ... äh, größ genug. Puh. So ein Ding schaut gar nicht so schlecht, also ich glaub, wir sind nicht schnell genug. Können sie auch mal ausprobieren. Oh, 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 oh! Nein, wir werden nichts ausprobieren. Wir werden dich nehmen. Hallo! Bremsen bitte, danke! Und einsteigen. Das ist mal ein dreckiges Auto. Damn! Na gut, dann ist es auch nicht schade drum. Soll ich so tun, als wäre das geplant gewesen? Das ist der beschissenste Super-Propaganda-Trailer, den ich je gesehen hab. Muss ich ihn von einer bestimmten Seite rammen? Das kann durchaus sein. Damn, ich weiß nicht von welcher Seite. Ja, vielleicht wenn ich das Auto zur Explosion bringe daneben. Kommt schon wieder ein fucking Heli. Mann! Die haben hier echt... Oh! Tatsache, das hat gereicht. Als ich gesagt hab, vielleicht bringe ich das Auto zur Explosion, hab ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das auch nur irgendwie ausreichen wird. Oh, hi! Diesmal weiß ich auch, wie das geht. Weh? Weh? Nein, Movement? Nein, W. Es. Es. Tod. Und Enter. Vier. Drei. Vier. Nicht abstürzen, wenn's geht. Alter, was hab ich grad gesagt? Heb ab! Du Wichser! Perfekt. Okay. Au! Hang in there! Backup is arriving shortly! Yeah, man kann sogar die Starter damit springen. Sehr, sehr geil. Okay, 84%. Gibt's hier noch irgendwas zu zerstören? Oh nein, da kommt ein anderer. Oder? Ja. Fick dich! Stürzt nicht in mich! Du Wichser! Okay, alles gut, wir fliegen noch, wir fliegen noch. So, ich muss das Ding nur irgendwo landen, wo ich dann nachher wieder aufsammeln kann. So, jetzt finden wir raus, was in diesem Dorf noch fehlt. Hier unten liegt was. Könnt's was sein? Ja! Perfekt. Gut, und jetzt ist es Zeit, zurück zum Heli zu kommen. Weil ein Heli hier, auf dieser einsamen Inselgruppe, wäre natürlich der Hammer. Außerdem sollte ich mal meine MPs nachladen. Hallo! Oh, da kommt ein Boot, da kommt ein Boot! Heb ab, verdammte Kacke! Puh! Puh! Sheesh! Oh, das sieht ja cool aus! Komm, 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 komm! Yeah! Okay, und noch ein Heli. Okay. Und währenddessen werden wir uns langsam auf den Rückflug machen. Achso, nee, weil dann kommt es nicht nahe. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! Oh! Du Wichser! Ah! Da hat mein Heli geschrottet. Arschloch. Oh, hey! Warte mal, da ist noch ein Heli. Oh, das ist der, den wir nicht zerstört haben. Wenn das der, den wir nicht zerstört haben, dann wäre das perfekt. Oh, shit! Nein, 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 nein! Wieso habe ich zweimal gedrückt? Ich wollte nicht zweimal drücken. Das war eine Lüge, oh, shit! So, komm her, da! Du Wichser! Enter! Wir schützen das Wasser ab! Ich sag's dir, bring ich dich um! Ich meine, ich bring dich sowieso um, aber was denn? Puh! Okay. Okay, 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 okay. Ganz ruhig jetzt. Ganz fucking ruhig. Oh, komm schon! Ich sag dir, ruhig! Oh, shit! Das ist einer von den Raketen an! Unfair! Okay. Wir werden das so machen. Wir werden jetzt hier mal landen. Dann werde ich aussteigen und mich verstecken. Uff! Eine Meisterlandung! Verpiss dich! Tschüss! Uff! Sehr gut! So, jetzt warten wir, bis das zumindest unter Level 3 fällt. Während dieser Heli sich hier langsam aber sicher an diesem Baum aufschrottet. Oh, komm schon! Fucking kidding me! Hey! Hey! Ein riesiger Baum! Sei mal nützlich! Die sehen mich doch schon alle gar nicht mehr! Die sehen mich doch schon alle gar nicht mehr! Die sehen mir doch keine Lügenspiel! Okay, jetzt habe ich natürlich mein Heli ein bisschen zurückgelassen, aber wir finden ihn schon irgendwie wieder hin. Oh, da ist nämlich ein Propagandtrailer und den werden wir gleich mal mit dem Heli schrocken. Wenn wir ihn wieder haben. Doi! Na komm! Das ist der beschissende Taucher in der Geschichte der Taucher. Was? Wie habe ich gerade nen Trailer zerstört? Was passiert hier? Ich bin gerade mit Absaufen beschäftigt, wenn ihr es nicht mitkriegt. Fuck! 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 Ich muss es haben! Oh, fuck! Fia! Oh, shit! Oh, shit! Boote, 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 boote! Okay, jetzt verwandle ich gerade ein bisschen in einen Chaos-Run. Aber nur ein bisschen. Ich habe es in der Kontrolle. Wenn ich hier mal ein bisschen stehe, sehen die mich dann noch? Jember. Okay. Dann werde ich hier nicht rumstehen. Da steht mein Heli, der ist gut geparkt. Den darf ich nicht vergessen. Da vorne leuchtet was. Das holen wir uns jetzt mal. Ja, wohin gehe ich? Okay. Das war alles in der Kontrolle. Alles gut. So. Wo war das leuchtende Ding, das ich gesehen habe. Da hinten. Böh. Komm schon, jetzt bist du einfach nur dumm Spiel. Okay. Ich habe schon komplett die Orientierung verloren, wo dieses Dorf überhaupt anfängt und wo es aufhört. ist alles gut. Aber hey, ich weiß, dass hier Geld rumliegt. Aber hey, ich weiß, dass hier Geld rumliegt. Ich weiß, wo Geld rumliegt. Alles gut im Leben. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Shit. Ah. Okay, hier sitzt mir jetzt ein bisschen zu voll. Ich weiß, was ich weiß. Wie viele Helikopter hat diese kleine scheiß Bananenrepublik eigentlich? Also nicht mehr normal. Oh fuck. Ja jetzt gehe ich drauf. Was? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Huhu. Hup. 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 Baum. Bleib in mein Leben. Nochmal Baum. Ahhhh. Oh shit. 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 Komm ein bisschen näher und dann kriege ich dich, du Wichser. Hallo. Oh. Da ist gar nicht mehr. Und links und rechts. Dann wegtreten. Pellehacken. So. Jetzt. Fangen wir mal so an. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hab's schon nicht bekommen, aber ohne dass ich dafür verantwortlich zu machen bin. Ich hab nur zugeschaut. Ich seh da hinten was leuchten. Ich seh hinter mir jede Menge Boote. Ach. Leck mich doch. Leck mich doch. Okay. Ich werde jetzt hier mal aussteigen. Und mir mal das hier mitnehmen. Jacked. 59%. Ihr seid gerade gegangen von 33 auf 59. Kann das sein. Hm 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 hm. Gut. Ich nehm mal an, dass diese paar Häuser auch noch zum Dorf gehören. Das heißt, die muss ich auch untersuchen. Da scheint aber nichts rumzulegen. Schauen wir mal kurz hier rauf. Nope. Nix. Okay. Dann wieder zurück hier hin. Wo sind noch Goodie Kisten? Wo sind noch Waffen, Rüstungen, Geld, was immer ihr mir geben wollt. Ich bin nicht wählerisch. Da bin ich gerade gut zwischen zwei Häuser gefahren. Ja, geh sterben Boote. Ich hab gerade echt keine Zeit für dich. Ich will auf dem nicht wissen, wie lange das Recording schon dauert. Aber ich hoffe, wir sind bald fertig. Oh, da liegt noch was. Hey Kiste. Schon wieder mal ein Max Health. Okay. Ähm. Ich nehme an. Eine gibt's noch. Weil alles, was wir bisher eingesammelt haben, waren 20%. Oder knapp 20%. Wo ist das letzte? Ach. Sei doch ruhig. Hm. Ich find's nicht. Na ist blöd. Kann man nix machen. Ach. Kann man ja nicht mal schwimmen gehen, oder was? Ohne dass da... ...sofort Leute sind. So. Ich werde jetzt mal ein Heli. So schaut's aus. Was? Was war das denn? Das war der lächerlichste Attentatversuch, den ich seit langem gesehen hab. Okay. Wo steht mein Heli? Ist mein Heli... ...despawned? Nein, 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 nein. Komm schon. Habe ich mein Heli überhaupt hier geparkt? Ach shit, das ist schon... Ah, das ist schon so verwirrend. Okay. Egal. Irgendwo in diesem Dorf... ...liegt noch eine lustige silberne Kiste für mich rum. Naja, vielleicht nicht für mich, aber... ...sie liegt rum und ich werde sie mir nehmen. Da hinten. Tja, das ging leicht als erwartet. Ah, ich mein Heli vielleicht auf der Flussseite geparkt? Nein. So. Haben wir das auch. Hat ein bisschen gedraht. So. Jetzt... ...muss ich mal schauen, was wir hier noch zu tun haben. Das ist die große Stadt, die haben wir ausgelassen. Ah ne, das ist das Hotel, das haben wir ausgelassen. Genau, die große Stadt haben wir schon. Das noch, die Military Base und noch zwei. Okay, also wir werden das mal machen. Dann werden wir die zwei verbliebenen Dörfer machen. Und dann werden wir als großes Finale den Military Base machen. Logischerweise. Kann ich dieses Boot hijacken? Ich nehme es mal schwer an. Ich meine, wie sollte ich es nicht hijacken können? Boing. Boing. Und jetzt hätte ich gern dieses Boot. Ja. Cool, 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 cool. Hey, Support, on the way. ETA, 30 seconds. Da kommt ein Heli. Okay, das hätte ich vielleicht bald auf ein Heli umsteigen können. Rechen mich. Sie sehen mich rollen, die Haffen. So, Augen auf nach silbernen Kisten. Oh, hallo. Ups. Äh. Und äh. Oh shit, das ist der Heli. Heiho. Und rein mit uns. Vier. Drei. Vier. Und. Das war's. So. So, so, so. Die anderen beiden Shatter sind links hinten. Ja, man merkt, dass ich professioneller Geograph bin. Geograph, ja. Ich muss kurz überlegen, wie die Berufsbezeichnung ist. Ich bin professioneller Geograph. Wenn ich auf eine Karte schaue, dann teile ich diese Karte in oben, unten, links und rechts. Das zeichnet einen guten Geographen aus. Jetzt natürlich, wenn man einen Heli hat, ist natürlich das Hotel doch auch eine Möglichkeit. Ne, vielleicht ganz am Ende. Okay. Ähm. Kommt das hin? Ne, eigentlich nicht wirklich. Zum Fall ist das. Oh, ist das schon die Base? Ja, das ist auf jeden Fall schon die Base. Okay. Wir müssen nach links. Wir müssen nach links, Leute. Da sind wir richtig. Ach, sei doch nicht blöd. Ihr seht mich doch gar nicht. In euren verdammten Schiffen. Booten. Dass mal Schiffe sind. So, ist das hier an Land eins und im Wasser das zweite? Sind ja beide winzig. Außerdem, wieso bin ich so weit gestiegen? Äh. Äh. Da ist ein Wasserturm. Ich sehe ihn von da. Unbohren. Ja. Two? Oh, seriously? Ach nein. Ich schwank auch nicht schlecht mit dem Teil. Oh, seriously? Sonst dürfte es nichts zu zerstören geben, ich schaue mal kurz hier rüber. Ich werde hier mal den Heli parken, so schaut es aus. So, überlebst du das? Na komm! Oh Mann, wieso Heli, wieso hast du mich? So, wir halten Ausschau nach Zeug, das man sammeln kann. Weil ich nehme nicht an, dass es hier großartig viel zu zerstören gibt. Ja, ist also klar, in dem Moment, wo ich einmal den Haken einsetze, fällt sich nötig an allem vorbei, was es einen zusammen gibt. Hallo Geldtruhe! Okay, das ging schnell. Gut, jetzt zu dem Ort, wo nicht der Heli steht. Und wieder zurück ins richtige Dorf. Das ist eine gute Landung gegen den Baum. Okay, 19%. Das heißt, es gibt 5 Sachen zu sammeln. Eins haben wir schon. Also, zu sammeln. Das eine war der Wasserturm, den wir gesammelt haben. Das heißt, es liegt auf dem Wasserturm auch was. Aber vor allem liegt jetzt mal da was. Hallo Geld. Ich habe echt keine Ahnung, wie viel Geld ich schon habe. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit machen soll, außer Waffen und Fahrzeuge zu kaufen, die ich nicht brauche. Deswegen spare ich nämlich eigentlich auch Geld, weil ich mir denke, vielleicht kommt später irgendwann im Spiel noch irgendwas wirklich cooles, was wirklich viel Geld kostet. Aber je länger ich spiele, desto mehr gebe ich die Hoffnung da ein bisschen auf. Mal schauen. Oh was, das ist eine Brücke, weil bei den meisten Brücken gibt es Armorteile. Soweit ich das schon gesehen habe. Nope, nicht bei der. Dammit.